Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 66 der Germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um Gunnhild Konung Gamadr, die Mutter der Könige und die berühmte Hexe der nordischen Königsagen. Gunnhild, die Mutter der Könige, ist eine Person, die es historisch tatsächlich gab und die ungefähr von 910 bis 980 lebte und die Frau von Erik Blutaxd war. Doch berichtet wird über ihr Leben zentral in den Sagas aus Island, in denen sie ein Teil der legendären Erzählungen wurde und selbst zu einer legendären Figur. Zur großen Mutter der Könige und zu einer Hexe. In diesem Video soll es auch zentral um die eher fiktive Version der Hexe und Königsmutter gehen, wie Gunnhild in den Sagas erscheint und weniger um die historische Figur dahinter. Je nach Version der Saga hat Gunnhild nun verschiedene Abstammungen. Die Version, die als historisch am wahrscheinlichsten und realistischsten gilt, ist, dass Gunnhild die Tochter von Gorm dem Alten, dem König von Dänemark, ist. Gemäß dieser traf sie dann bei einem Festmahl auf Erik Blutaxd, einem norwegischen Fürsten, und wurde mit diesem verheiratet, um die Königshäuser von Dänemark und Norwegen zu vereinen. Wohl etwas interessanter ist aber die Version, die in der isländischen Egil-Saga und in der Heimskringla, der Saga der norwegischen Könige von Snorri, erzählt wird. In dieser ist Gunnhild die Tochter von Ozir Toti, einem Hersen, also einem Befehlshaber von einer Truppe von Wikingern aus Norwegen. Gunnhild lebt aber nicht bei diesem, sondern in Finnmark, bei zwei Zauberern der Sami, der eigentlichen Ureinwohner von Regionen in Finnland, Norwegen und Schweden. Von diesen beiden Zauberern lernte sie selbst Magie und die beiden werden als mächtige Magier und Jäger beschrieben. Weder Mensch noch Tier sollen ihnen entkommen können, wenn sie jagen, und wenn die beiden wütend werden, so bebt die Erde und ihren Blick, und sie können mit nur einem einzigen Blick töten. Gunnhild lernte nun das Handwerk der Magie von ihnen, doch die beiden behandelten sie sehr schlecht und sie hasste sie dafür. Auf Erik Blutaxd traf sie nun, als dieser einen Raubzug nach Finnmark unternahm und nördlich davon eine große Schlacht schlug und siegreich hervorging. Bereits auf dem Rückweg fand er eine Hütte im Wald, wo Gunnhild lebte. Sie soll schöner gewesen sein als jede Frau, die er jemals gesehen hatte. Und Gunnhild überredete ihnen, die beiden Sami zu töten, was aber wegen deren magischer Macht gar nicht so einfach war. Sie mussten warten, bis beide schliefen, und Gunnhild zog ihnen dann Säcke über den Kopf, um Erik und seine Männer vor den tödlichen Blicken der Zauberer zu schützen, und dann erschlugen sie sie beide. Daraufhin nahm Erik Blutax Gunnhild mit sich und er fragte ihren Vater Ozer, ob er sie heiraten dürfte, und dieser stimmte zu. So wurde Gunnhild zur Frau von Erik Blutax von Norwegen, und sie sollte durchaus großen Einfluss auf seine Herrschaft und auf die Geschichte von Norwegen haben. Zu dieser Zeit war Harald Schönhahn noch der oberste Herrscher und König von ganz Norwegen, der aber schon sehr alt war, und so begann bald ein Ringen um seine Nachfolge. Einer der Rivalen von Erik war dabei, dessen Halbbruder Halfdan der Schwarze, der aber bald darauf plötzlich nach einem Festmahl verstarb, und es heißt, dass Gunnhild dafür gesorgt hatte, dass er vergiftet worden war. Wenig später wurde er dann Erik von König Harald zu seinem Nachfolger ernannt und damit als König über ganz Norwegen bestimmt. Erik konnte das Reich aber nur nach weiteren Kämpfen, unter anderem auch mit seinen eigenen Brüdern unter sich vereinen, und Gunnhild wurde so seine Königin. Und mit ihr hatte er dann als König von Norwegen neun Söhne. Der älteste von diesen war Gamli. Dann folgten Guthorn, Harald, Ragenfroth, Ragenhild, Erling, Gudrod und Sigurd. Und in der Saga von Egil Skalagrimson wird als neunter Sohn noch Rögenwald erwähnt. Gunnhild war aber nun keineswegs damit zufrieden, einfach nur Königin und Mutter zu sein, sondern war auch in der Politik des Reiches und am Hof von Erik sehr aktiv und behielt sich große Macht vor. Während dieser Zeit entwickelte sich auch eine tödliche und langwährende Feindschaft zwischen Gunnhild und einem weiteren Helden der isländischen Sagas, dem Krieger und Poeten Egil Skalagrimson. Zu Anfang aber war ihre Beziehung eigentlich noch recht gut, denn Egils älterer Bruder Thorolf war ein Waffengefährte von Erik und sowohl mit ihm wie auch mit Gunnhild gut befreundet. Dann aber kam es während eines Festmahls zu einem folgenschweren Vorfall. Egil geriet mit Barth, einem Freund und Unterstützer von Gunnhild, den Streit. Er beleidigte diesen und Barth ging daraufhin zu Gunnhild und sie mischte Gift in Egils nächstes Horn. Egil aber war in Magie, ebenso bewandert wie Gunnhild, und er ritzte Runen in das Horn und das Horn zersprang, weil Gift darin war. Daraufhin zog Egil sein Schwert und tötete Barth für den Versuch auf sein Leben und ergriff dann die Flucht. Er konnte letztlich auch entkommen, doch sein Bruder Thorolf ging zu König Erik und bot ihm Wehrgeld für die Taten von Egil an und der König nahm diese Sühne an. Doch Gunnhild vergaß die Taten von Egil Skalagrimson nicht. Sie versuchte Erik dazu zu bringen, härter gegen Egil vorzugehen und als dieser das nicht tun wollte, schickte Gunnhild ihre beiden Brüder, Eivit und Alf aus, um Egil zu ermorden. Die beiden aber versagten letztlich und wurden ihrerseits von Egil erschlagen. Zu dieser Zeit war es dann auch, dass Erik König von Norwegen wurde und unter Gunnhilds weiterem Einfluss erklärte er nun doch Egil in ganz Norwegen zum Gesetzlosen und Geächteten. Dies führte zu weiteren Konflikten mit Egil, der inzwischen Berg Önund, einen weiteren wichtigen Krieger von Erik, getötet hatte und sogar letzten Endes Gunnhilds Sohn Rögenwald erschlug. Und noch bevor Egil dann Norwegen verließ, nutzte er erneut seine Magie gegen Erik und Gunnhild. Er stellte eine Schmähstange auf, die er einem Pferdeschädel trug und auf die Arunen ritzte. Diese Schmähstange sollte die Landgeister gegen Erik und Gunnhild aufhetzen und diese sollten dann die beiden aus Norwegen vertreiben. Und tatsächlich, wenig später kam Harkon der Gute, Eriks Halbbruder zurück nach Norwegen und erhob dort Anspruch auf den Thron. Erik sammelte nun sogleich Truppen gegen ihn, aber er konnte nicht viele Männer aufbringen, die ihm noch folgen wollten und Harkon war deutlich beliebter als er. Und am Ende wurden Erik und Gunnhild und ihre Söhne aus Norwegen vertrieben. Eine Tat, für die durchaus auch Egil mit seiner Schmähstange Ruhm beanspruchte, obwohl es ja eigentlich Harkon der Gute gewesen war, der sie vertrieb. Gunnhild aber sprach auch ihrerseits seinen Zauber gegen Egil. Sie verfluchte ihn für seine Tat, dass er in seiner Heimat Island niemals Ruhe haben sollte, bis er wieder zu ihr kam. Durch diesen Fluch von Gunnhild erfuhr Egil viel Unglück, Ruhelosigkeit und Mühsal und er wurde missmutiger und verdrossener, Jahr für Jahr, Winter für Winter und er verfiel regelrecht in eine Depression, bis er es nicht mehr ertragen konnte und sich am Ende aufmachte, wieder zu Erik und Gunnhild zu segeln. Erik war inzwischen auf Orkne gelandet und hatte dort den Thron bestiegen und durch seine Verbindungen zu König Aethelstein von Northumbria konnte er nach dessen Tod dort auch die Herrschaft erlangen. Dort herrschten sie von York aus und sowohl Erik wie auch Gunnhild und ihre Söhne wurden alle getauft und bekehrten sich zum Christentum. Und dort war es auch, dass Egil Scalagrimson sie wieder aufsuchte. Gunnhild wollte ihn sofort hinrichten lassen, doch es wurde entschieden, dass Egil zumindest eine Chance auf Buße erhalten sollte. Wenn er es als großer Krieger und Poet schaffen würde, ein ausreichend gutes Loblied auf Erik zu schreiben, würde er freigelassen werden. Die Bedingung war aber, dass er nur eine einzige Nacht Zeit hatte, dieses Lied zu schreiben und wenn er es nicht schaffen sollte, würde er hingerichtet werden. Die ganze Nacht arbeitete Egil nun an seinem Gedicht, doch er schaffte es kaum etwas zu schreiben, denn eine Schwalbe saß die gesamte Nacht vor seinem Fenster und schrie so laut sie konnte, um ihn abzulenken und seine Arbeit zu erschweren. Und diese Schwalbe war niemand anders als Gunnhild, die sich in einen Vogel verwandelt hatte, um Egels Arbeit zu stören. Dennoch schaffte er es aber in letzter Minute das Werk fertigzustellen und Egels Gedicht wurde auch für gut befunden und ihm wurde damit das Leben und die Freiheit geschenkt. Und es sollte noch mehr auf Gunnhild zukommen, denn einige Zeit später sollte Erik im Kampf fallen und sie verloren ihr Reich in England. Die Königin sammelte sogleich alle Reichtümer und sie und ihre Söhne kehrten nach Orkne zurück und für eine Weile herrschten sie von dort. Als Gunnhild aber hörte, dass König Harald von Dänemark im Streit mit Harkon, dem Guten von Norwegen lag, machte sie sich sogleich mit ihren Söhnen auf nach Dänemark, denn noch immer hatte sie viel Hass auf Harkon, da er sie und Erik aus Norwegen vertrieben hatte und nun hoffte sie auf Rache. Am Hof von Dänemark wurden sie dann auch gut aufgenommen und einer der Söhne von Gunnhild wurde sogar zum Ziehsohn von König Harald und sie machten sich bald auf in den Kampf gegen Harkon. Doch hinter ihnen stand stets ihre Mutter und sie mischte sich erneut stark ein. Und nicht zuletzt nutzte sie auch erneut ihre Magie, um Harkon den Guten zu beseitigen. Sie schickte einen ihrer Diener in die Schlacht, der rief, dass er der Töter des Königs sein würde und dieser schoss dann einen Pfeil auf König Harkon ab und traf ihn am Arm. Eigentlich hätte diese Wunde am Arm kein großes Problem sein sollen, doch als man sie verbannte und versorgte, hörte sie einfach nicht auf zu bluten und blutete so lange weiter, bis König Harkon der Gute tot war. Und während manche sagen, dass man nicht wissen könne, wer diesen Pfeil wirklich abgeschossen hatte, meinten andere, dass es mit Sicherheit Gunnhilds Zauber war, der Harkon den Guten getötet hatte. Die nach diesen Kämpfen noch verbliebenen Söhne von Gunnhild, von denen mindestens Gamli und Guthorn gefallen waren, wurden nun zu großen Fürsten und Königen über Westnorwegen. Doch auch jetzt noch hielt Gunnhild große Macht und sie hatte viel der Herrschaft über das Reich in der Hand und sie wurde von nun an auch die Mutter der Könige genannt, da ihre Söhne über das Reich herrschten. Unter der Führung von Gunnhild und dank ihrer Pläne und Listen besiegten sie nun viele weitere Könige und häuften große Macht und gewaltigen Reichtum an. Da sie aber nach wie vor Christen waren, versuchten sie auch Norwegen zu bekehren und sie zerstörten Tempel und stoppten Rituale. Doch damit hatten sie keinen Erfolg in Norwegen und wurden sehr unbeliebt und viele vermissten Harkon den Guten. Und am Ende konnten Gunnhild und ihre Söhne gegen Jarl Harkon kein ausreichend großes Heer aufbringen und so mussten sie erneut aus Norwegen fliehen und wieder führte Gunnhild ihre Söhne nach Orkney. Dort blieben sie für eine Weile und Gunnhilds Söhne führten Raubzüge gegen Jarl Harkon. Aber von all ihren Söhnen waren nur noch Ragenfrot und Gudrot am Leben und es sollte Gunnhild auch nicht mehr gelingen, ihre Macht von Neuem aufzubauen. Jarl Harkon sollte siegreich bleiben und er wurde als Harkon der Mächtige bekannt. Und durch ihn fand Gunnhild auch ein für alle Mal ihr Ende, wie es in einigen Quellen wie etwa der Jomsvikinger-Saga oder der Geschichte der antiken Könige von Norwegen berichtet wird. So soll sie laut diesen noch einmal versucht haben, nach Dänemark zu gelangen. Und am Ende konnten Gunnhild ihre Söhne gegen Jarl Harkon kein ausreichend großes Heer aufbringen und so mussten sie erneut aus Norwegen fliehen und wieder führte Gunnhild ihre Söhne nach Orkney. Dort blieben sie für eine Weile und Gunnhilds Söhne führten Raubzüge gegen Jarl Harkon. Aber von all ihren Söhnen waren nur noch Ragenfrot und Gudrot am Leben und es sollte Gunnhild auch nicht mehr gelingen, ihre Macht von Neuem aufzubauen. Jarl Harkon sollte siegreich bleiben und er wurde als Harkon der Mächtige bekannt. Und durch ihn fand Gunnhild auch ein für alle Mal ihr Ende, wie es in einigen Quellen wie etwa der Jomsvikinger-Saga oder der Geschichte der antiken Könige von Norwegen berichtet wird. So soll sie laut diesen noch einmal versucht haben, nach Dänemark zu gelangen. Jarl Harkon hatte den König von Dänemark gebeten, sie dorthin einzuladen und ihr eine Heirat anzubieten. Dies wäre eine letzte Chance für Gunnhild gewesen, ihre Macht wiederzuerlangen und sie folgte der Einladung. Jarl Harkon hatte ihr damit aber eine Falle gestellt und er ließ sie sofort ergreifen, als sie nach Dänemark kam und er tötete sie, indem er sie in einem Sumpf ertränken ließ und Gunnhild, die Mutter der Könige, die so lange Macht und Einfluss gehabt hatte, war tot. Und sie war auf jeden Fall eine der mächtigsten Frauen der nordischen Sagas, durch Klugheit, politisches Geschick und nicht zuletzt auch ihre magischen Kräfte. Oft heißt es von ihr, dass Gunnhild eine Hexe gewesen sei und in den Sagas zeigt sich diese Macht auch deutlich. In der Saga von Egil Skallagrimson nutzt sie diese, um sich in Tiere zu verwandeln oder um den Helden zu verfluchen. Besonders dieser langanhaltende Fluch, der Egil gerade zu einer Depression treibt, zeigt ihre große Macht. Und schließlich kann sie auch mit Gift hervorragend umgehen und nutzt auch diese Waffe, um Feinde und politische Gegner aus dem Weg zu räumen. Weitere ihrer Kräfte sehen wir aber nicht, doch auch schon diese drei, Tierverwandlungen, Flüche und Gift, machen sie durchaus zu einer mächtigen Magierin und wer weiß, welche Kräfte, Gunnhild, die Hexe, noch alles hatte. Doch wegen dieser magischen Kräfte wurde sie eben auch als eine Hexe dargestellt und allgemein wird sie in den Sagas als eine sehr negative Person gezeigt. Gunnhild wird da als gierig, machthungrig, hinterhältig und rachsüchtig hingestellt, was aber zu großen Teilen auch daran liegt, da viele der Quellen zu ihr und ihren Taten von Widersachern von Gunnhild geschrieben wurden. So überrascht es wenig, dass sie in der Saga von Egil Skallagrimson als eine böse Hexe dargestellt wird, wo sie doch eine Feindin von Egil war und die Saga als seine Perspektive und mit ihm als Helden erzählt wird. Zudem wird vermutet, dass Gunnhild genau deshalb so negativ erscheint, damit das Versagen von Erik Blutaxe und dessen Unbeliebtheit auf sie und ihren bösen Einfluss geschoben werden kann. Und so wird das Böse von Gunnhild, der Mutter der Könige in den Sagas, wohl deutlich übertrieben. Historisch ließ uns Gunnhild aber auch ein sehr interessantes Stück Literatur zurück. Und zwar das beeindruckende Sterbengedicht für ihren Mann Erik Blutaxe. Nach seinem Tod in der Schlacht ließ sie von einem Skalden eine Totenklage für König Erik Blutaxe schreiben, die seinen heroischen Einzug nach Valhalla beschreibt, wie man ihn sich noch im 10. Jahrhundert im späten Heidentum vorstellte. So ist es dank Gunnhild, dass uns eine wichtige Vorstellung zu Valhalla im 10. Jahrhundert noch überliefert wurde. Und ganz egal, ob Gunnhild nun tatsächlich so böse war und eine Hexe, wie sie in den Sagas oft gezeigt wird. Sie war auf jeden Fall die Mutter der Könige und als starke Königin, wie auch als mächtige Zauberin, eine der mächtigsten Frauen der nordischen Sagenwelt. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.